Journalist. Journalist ist ein Ausübender der Presse- und Rundfunkfreiheit, gemäß der Jurisprudenz. Journalist ist jemand, der beruflich tätig ist in der Berichterstattung für Zeitungen, für Zeitschriften oder auch beim Rundfunk oder beim Fernsehen. Heute gibt es auch Internetjournalisten, die eben in einem Blog etwas veröffentlichen oder für Internetmagazine. Ein Journalist kann auf die Meinungsfreiheit pochen und die Meinungsfreiheit ist, anders als man denkt, nicht nur eine Freiheit der Meinung, sondern diese auch ausdrücken. Und so gibt es auch die Pressefreiheit und die Rundfunkfreiheit. Natürlich, diese Freiheit hat auch Grenzen. Auch ein Journalist ist irgendwo der Wahrheit verpflichtet und darf andere nicht diffamieren.